In der Tumpf ist Lovakyl, Dragonborn! Bei Kickleys Basiswerten stechen vor allem sein guter Angriffs- und Spezialverteidigungswert ins Auge, allerdings kommt letzterer wegen dem schwachen KP und einem ebenfalls schwachen Verteidigungswert nicht wirklich gut zur Geltung. Die Initiative ist eher mittelmäßig und der Spezialangriff regelrecht unbrauchbar, dennoch kann man aus Kickley eine tödliche Kampfmaschine basteln. Die EV verteilen wir voll in Angriff und in Initiative und mit einem harten Wesen um den Angriff zu maximieren. Als Attacken nimmt man Narkamp, Feuerfeger, Giftheap und Mogelheap. Narkamp ist eine starke Step-Attacke, die enormen Schaden verursacht und dafür Kickleys Verteidigungswerte um je eine Stufe senkt, was Kickley wegen seiner sowieso schon eher schwachen Defensivwerte eher weniger interessiert. Feuerfeger ist eine nützliche Feuer-Attacke, die effektiv gegen Pokémon wie Sherox oder Fastelka ist. Giftheap gibt Coverage gegen Feen-Pokémon und Mogelheap lässt den Gegner einmal garantiert zurückschrecken und bricht Fokusgurte und Robustheit an. Als Item nimmt man ein Normaljuwel, um den Mogelheap einmal um 30% zu verstärken. Das scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich sinnvoll, jedoch habe ich noch nichts zu Kickleys verstärkter Fähigkeit Entlastung gesagt. Diese verdoppelt seine Initiative, sobald er ein Item verliert oder verbraucht. Da Mogelheap eine hohe Prio hat, kommt er damit sowieso zuerst dran und lässt den Gegner zurückschrecken. Dabei aktiviert sich das Normaljuwel, verstärkt die Attacke und aktiviert somit für die folgende Runde die Entlastung und lässt Kickley wahnsinnige Geschwindigkeiten erreichen, von denen selbst die meisten Scarf-Pokémon nur träumen können. Das einzige, was Kickley danach effektiv aufhalten kann, sind Pokémon, die entweder eine seiner Attacken überleben oder ein Pokémon mit einer physischen Prio-Attacke, da Kickley gerade nach 1-2 Mal Nahkampf auf der physischen Seite schon gar nichts mehr aushält. Ein Sweep mit Kickley funktioniert nur einmal, da man die Entlastung nur einmal aktivieren kann. Kickley auszuwechseln macht also in den meisten Fällen wenig Sinn. Man sollte eher versuchen, alles, was Prio-Attacken hat, beim Gegner rauszunehmen, bevor man Kickley in den Kampf schickt. Als Sweeper passt Kickley in fast jedes Team gut rein. Seine Typ-Schwächen müssen ebenfalls nicht zwingend abgedeckt werden, da er im Normalfall nicht ausgewechselt wird. Das war's von meinem Kickley und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020